Sarah Sternenhimmel Projektor LED Light, Nebu Licht Stary Music Projector mit Fernbedienung und Timer, Bluetooth-Lautsprecher, Galaxy Light für Kinder und Erwachsene Zimmerdekoration. Bluetooth-Lautsprecher. Schließen Sie Ihr Telefon über Bluetooth an diesen LED-Projektor an oder schließen Sie den USB-Anschluss an, um Schlafliedmusik, entspannende Meditationsmusik bei einer Lichtshow abzuspielen. Es kann eine warme und ruhige Schlafumgebung schaffen, die Ihnen oder Ihren Kindern und Babys hilft, besser zu schlafen, Nebel und Stern und zwölf Farben. Durch die realistische Projektion eines dynamischen Nebels an Decke oder Wand können mehrere Farben mit einer fantastischen Geschwindigkeit kombiniert werden, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Sie können den Modus auswählen, den Sie entsprechend Ihrer Stimmung anzeigen möchten.